Ah, Hilfe, Curse of the Blind? Das ist aber nicht nett, meine Güte. Hey, wir spielen, ähm, Tainted Maggie und wir müssen noch zum Mother gehen und wir versuchen ein lustiges Strat. Vielleicht, aber nur vielleicht, mal gucken. Aha, Hilfe, ich würde gerne, dass ihr Dinge für mich aufsprengt und nicht so einen Scheiß macht, fuck. Erstes Item des Tages ist Apple. Apple ist nicht schlecht, aber ich hab dann noch nicht so viel Luck, deswegen ist nur semi-optimal. Hey, du Rackman, na? Was geht ab, Brody? Ich hab einen Apfel und dieser Apfel ist leider voller Razorblades. Aber, aber, ah, fuck this, komm her, Brody, wir prügeln uns. There we go. Und ich bekomme Squeezy, wie nett. Wir haben Schlüssel für das hier, also können wir auch direkt weitergehen, nachdem wir jetzt mit München haben. Let's go. Boah, hab ich da gerade ein Herz gemalt aus Versehen, so richtig cute. Das klappt nicht ganz, schade. Mann, Maggie, muss ein bisschen mehr bluten. Ah, okay. Interessant. Ähm, haha, da hab ich zu lange geredet. Da hat's dir einfach gedacht, nee, halt die Schnauze, hier komm ich nicht mehr rein. Oh, äh. Das ist übrigens sehr unangenehm gerade, aber hey. Item Room mit Libra. Oh, Libra ist lustig. Äh, ich nehm das andere, ich nehm Guillotine. Ich, äh, weiß nicht, ob ich das gut finde. Nicht der größte Guillotine-Fan, um nicht zu sagen, ich hasse diese Seite im Abgrund tief. Rudi, komm runter. Äh, äh, aua. Nein, meine Deal-Chance. Kann ich nicht leiden spielen? Ich habe keinen Schlüssel. Fuck, willst du mich ficken, oder was? Hier ist das Secret Room. Nein, das ist auch nicht. Fuck, aber sind das so viele Ebenen. Ah. Ja, der muss ja hier sein. Ja, Tatsache. Wow. Okay, er hat Geld. Das bringt mir rein gar nichts. Was für eine ernüchterne Ebenen. Warte mal, ich habe Bomben. Ich habe Bomben. Warte, warte. Ich bin noch nicht fertig. Ich kann hier wieder rein. There we go. Und dann finden wir noch ein super Secret gleich. Oh ja, das machen wir. Oh ja, es hat sich nicht gelohnt. Hier, Zap. Let's fucking go. Hallo, Blabna. Es geht ab, Rudi. Ich hoffe, ich sterbe nicht an dir. Aua. Bye, bye. Devil Deal for sure now. Ich wollte dich eh nicht. Ah, schade. Hat nicht geklappt. Anyways, wir sind wieder voll. Wir können wieder hier dran spielen. Und er payt sogar mit einem Bloodbag. Wow. Dann können wir direkt weitergehen, weil keine Bombe, kein Schlüssel, kein gar nichts. Der ist doch wahrlich traurig. Ich hoffe, Downport 2 sieht ein bisschen besser aus. Wenn es gleich so, wenn es wieder so aussieht. Ho, 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 ho. Das wird, aua, kritisch. Ein Schlüssel. Yay, ich kann in den Shop gehen. Finally. Endlich. Meine Fresse, du. Hallo Shop, na, ein Smelter. Oh ja, das hört sich lustig an. Oh, ein Keybagger. Oh, Schlüssel, an die ich nicht reinkomme. Oh, ein Charge-Schlüssel, an die ich nicht reinkomme. Oh, eine Mirror Dimension. Schon wieder komplett vergessen. Hä. Da war ja was. Da ist Lots of Racks. Das brauche ich nicht. Little Chubby. Hi, du. Na, erstmal Knife Piece 1. Hallo Min Min. Oh, das ist interessant. Ich habe leider keine Bomben, um das irgendwie zu vereinfachen. Heißt, das wird ein Spaß. Wow, Min Min down. Für Dogfood. Ich bin begeistert. Yay. Hallo Min Min. Ich bin's wieder. Ich habe dich gerade eben erst aufgemischt, aber wir müssen noch mal. Es tut mir leid. Und ich benutze Guilty and to its fullest potential. Holy fuck. Hi, da will dir, ne? Ich brauche den nicht. Ich komme nicht da rein. Na. Fuck. Ich brauche eine Bombe. Komplett vergessen. Nein. Hi, dudes. Get up, Polis. Ihr droppt mir doch zwei Bomben, oder? Zwei Bomben. Ah, das ist ein Nickel. Funny. Caves 2. Ich brauche zwei Bomben. Das ist meine Mission jetzt gerade. Nichts anderes. Und erstmal gerade das Zaki-Zaki-Raum. Das ist doch geil. So will man das. Hallo, Bagger. Du bist vielleicht interessant. Hallo, eine Bombe. Wichtig. Ich habe keinen Schlüssel. Aber ich kann nur eine Arcade. Immerhin. Und da. Uh. Mein Geld war ballern. He he he. Oh yeah. Bumerang. Oh yeah. Wirecode-Hanger. Oh, schade. Versuchsversiert. Und irgendwie keine Gegner. Huh? Bin ja alleine auf der Ebene. Montezumas. Äh. Joa. Joa, warum nicht? Warum denn halt nicht, ne? Ich kann immer noch fliegen. Aber ich kann die Kiste nicht aufmachen. Das ist so traurig. Oh mein Gott. Gegner. Was ist das? Ohoho. Hat er mir gegeben einfach. Hello. Na, Fistula. Alles klärchen. Das wird glaube ich ein ganz angenehmer Boss-Fight. Äh. Sagt er und starb fast. Äh. Äh. Oha. Oha. Auch mal wieder. Perfekt-Example. Montezumas kommt einfach aus dem Kopf und nicht aus dem Körper. Also der ganze Scheiß, den du laberst. Du weißt wo der gestorrt ist, ne? Ahahaha. Ach, keine Ahnung. Toothpacks, Heiner. Gutes Item. Ballert. Suche ich den Shop noch. Ist es mir das wert? Ich brauche noch eine Bombe. Ja, das ist es mir wert. Nevermind. Ich brauche noch eine weitere Bombe. Bro, almost forgot he wanted to go to the mines. Holy shit. Das ist eine Bombe, aber leider schon gezündet. Pragisch. Eine weitere Bombe. Let's go. Hallo. Auf Wiedersehen. Okay. Dann können wir ja weitergehen, endlich. Meine Güte. Das hat jetzt gedauert. Was ist das hier? Was sehe ich hier gerade? Das ist fucking Ashpads. Was ich ficken oder was? Holy shush. Und die sehen nicht, wie viel Leben ich habe? Du willst mich wirklich gerade tot sehen im Spiel, oder? Ich kann ja gar nichts machen auf der Ebene. Gar kein Furlefans. Straight Business. Keine Faxen. Holy shit. Und ich bräuchte immer noch Bomben oder irgendwie Schlüssel oder Geld oder alles. Weil irgendwie komme ich denn in den Raum nicht rein. Weil Zero Bomben. Geil. Ballert. Hör auf der... Oh mein. Sorry, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe zwei Damage gerade bekommen. Einfach so. Für nichts. Für Existieren. Ich liebe es. Hallo Shop. Na? Mit der Goldte. I like. Okay. Wollen wir mal. Lockdown. Oh wow. Das war das... Danke. Danke. Das war sehr nett. Holy fuck. Danke Isaac. Ich habe dich auch lieb. Hallo. Strange Attractor oder Question Mark? Ja, ich nehme Question Mark. Danke. Doctors Remote. Unangenehm. Weil die Musik geht haut. Auf... Das muss ich schon sagen. Das macht es ein bisschen angenehmer. Ey du Klatsch. Na? Ich liebe dich. Du bist mein Lieblings... Boss. Wusstest du das? Du bist mein absoluter Lieblings-Boss. Ich werde das Safe hier nicht sterben. Aua. 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 Ich lebe irgendwie. Irgendwie lebe ich. Hello. Na? Uh. Cleaner Bedroom. Richtig. Was im Crawl Space. Das ist ein bisschen conjoint. Aber das war es auch schon. Äh. Danke, Dune. Life piece by quiet. Let's go. Run, bitch. Doesn't do that work. Make a rinse einfach. Let's go. Come on. Please. Open the door. Oh mein Gott. Inventibility Frames. Ha ha ha. Dankeschön. Let's go. Wir haben alles. Nieha. Och nee. Es ist Gehenna 1. Ich könnte otzen. Ganz doll. Meine Güte. Sacrifice Room. Heiner. Vielleicht klärchen. Würde ja gerne. Aber ich... Nee. Kann grad nicht. Ich brauch mein Leben. Item Room. Mit Piercing und Speed Up. Oder was besserem vielleicht. Was um... Einiges schlechter ist. Okay, cool. Läuft gerade. Läuft richtig gerade. Äh. Ich glaub ich muss mich sacrificen. Ich glaube ich muss mich wirklich sacrificen. Anders geht's nicht. Oh gee. Start weh. Aua. Es tut immer noch weh. Aua. Es tut immer noch weh. By dear chance. Ich bekomm keinen einzigen Angel Dirt in Run. Ah. Und ein Angel Dirt haben. Schade. Sein halt nicht. Hello Shop mit Reed. Hm. Angenehm. Hello Boss. Oh mein Gott. Du bist grauenhaft. Ich kann dich auch nicht leiden. Ich krieg ja alles, weil ich nicht leiden kann. Ah. Aufs Herz. Alles andere zählt nicht. Einfach nur das Herz killen. Ah. Aua. Kann ich ja packen. Was soll denn die Kacke? Alle zwei Bälle. Chill. Brody. Chill. Und wir haben Angel Dirt gehettet. Ich bin begeistert. Ich nehm keine von diesen Pillen. Fuck off. Wow. Es ist sehr durchschnittlich. Seitdem. Jetzt nehmen wir die Pillen. Full Health. Wichtig. Hier ist Down. Grauenhaft. Zweimal sogar. Und Health Up. Hallo. Wichtig. Heißt. Wir haben alles. Wir können weitergehen. I don't know. Immer noch Gehenna 2. Könnt kotzen du. Das ist nicht in Ordnung. Und hier ist wieder Rätsel angesagt. Oder was? Uiuiui. Ähm. 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 There we go. Ich kann Rätsel lösen. War das nicht insane? Hello Shop. Na. Mit Red Candle. Nehm Poco mit. Mir lieber. Keine Ahnung wieso. Hallo. The Pack. Das ist ein guter Deal. Das ist basically for free. Und mehr. Ein Würfelraum. Ich würde glaube ich sogar einen Würfelraum gerade machen. Wenn du mir ein D100 gibst. Ne. Gibt es mir natürlich nicht. Weil warum wärst du lustig. Wenn du. Wenn ich das gerne hätte. 2-3. 2-3 Conjoint. Oder ist blind. Big Fan. Ja okay. Ja okay. Ist beides okay. Conjoint wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber. Ey. Whatever. Au. Ist da weh. Hello Secret Room. Mit Super Great. Na. Brudi. Na. Will ich mir irgendwas cooles droppen. Aber eigentlich kann es mir nix cooles droppen. Äh. Ja. Das hab ich mir schon fast gedacht. Hello Mama. Na. Ich muss dich mal kurz wegpacken. Okay. Man muss dich mal kurz kurz wegmachen. Und ich hätte gerne das Damage ab. Tatsächlich. Nice. Okay. Dann. Einmal bitte. Den hier machen. Hello Mama. Na. Na. Muss dich auch noch kurz klatschen. Wenn's okay ist. Wenn's okay ist. Bäh. Ich versuch mich grad ein bisschen zu kontaktieren. Ausnahmsweise mal. Dass ich nicht komplett aus dem Maul bekomme. Aber das wäre ja schon fantastisch. Ne. Wow. Das Movement. Und zum Schluss noch einmal getroffen. Weil das darf man nicht vergessen. Weil sonst wär's zu einfach. Ne. Aber hier wären wir direkt wieder voll. Fast. Feiner. Let's go. So. So. Hello. Corpse 1. Es ist nicht mehr dunkel. Das ist schon mal gut. Das freut mich. Ich kann Dinge sehen. I can see. I can fight. You know. That kind of shit. Ich mag den Corpse. Es ist eine gute Ebene. Wie spaßig. Woo. Ja. Keine Ahnung. Der Corpse ist vollkommen in Ordnung. Es ist einfach nur. The Womb. Aber. Eigentlich cooler. The Womb. But cooler. Ja. Hallo. Chimera. Skid up Brody. Du kannst gruselige Dinge. Ah. So. Nummer 1 down. Und Nummer 2 down. Wichtig. Und kein Deal bekommen. Das ist schon. Fiese miese Brise. Ah. Okay. Dann nimm halt Mom's Purse mit. Und verpiesel dich. Alter nein. Mal gucken. Ob mein Plan übrigens funktioniert. Mal gucken. Wie viele den vergessen haben. Ich hätte ihn auch beinahe vergessen. Aber jetzt ist es soweit. Vielleicht wird er jetzt umgesetzt. Wenn ich nicht noch sterbe. Jo Brudy. Lass los. Es ist nicht okay. I do not consent. Ah. Hilfe. Bitte nicht. Chill Brudy. Oh. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das. That might be a little bit gefährlich. So. Ich müsste eigentlich auch alles was ich so an Herzen finde. Mal liegen lassen. Einfach nur mal. Einfach so mal. Es gibt keinen gewissen Grund. Einmal mal liegen lassen. So das da zum Beispiel. Können wir mal liegen lassen. Das ist wichtig später. Oh ja. Mein Plan. Mein Plan wird grandios. Das kann ich euch sagen. Wenn ich nicht sterbe. Ist alles gut. Das ist die einzigste Bedingung. Wheel of Fortune. Ich hab noch ein Wheel of Fortune. Nice. There you go. Und. There you go. Nice. Wir werden mal ganz kurz sehen hier. Don't worry about it. Hehehe. Hehehe. Okay cool. Ähm. Hi. Hier ist auch direkt der Boss. Interessant. Interessant. Aber ich fühle mich nicht konfident mit so wenig Leben den Boss zu machen. Das wollte ich nicht mitnehmen. Deswegen machen wir weitere Räume. Clearen ein bisschen Ebene und Floor und so. Und hoffen dass wir ein paar Charges für unser Jam. Äh. Ein paar Charges für unser Jam. Und allgemein ein paar. Rode Herzen gedroppt. Äh. Ich hoffe das funktioniert so. Wenn das gepatcht worden ist dann bin ich traurig. Ansonsten äh. Ja. Ne. Wird lustig. Wir nehmen auch noch das Herz mit. Weil. Sicher sicher. Renn Junge. Renn. Wo ist es? Glück. Ja. Hi. Na. Was geht ab Brudi? Ich fick dich jetzt weg. So richtig. Hart. Bitte spawnen weiter kleine Viecher. Das finde ich cool. Das bereitet mir Freude. Ja sehr. Aber. Merzhaft. Yeah. Coole Mucke. Muss ich schon sagen. Hä. Chill Brudi. Chill. Oh mein Gott. Wie soll ich da dodgen? Hä? Erkläre es mir. Junge. Aua. Ja. Spawnen mir Herzen bitte. Keine Herzen. Doch ein halbes Da. Ah. Ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Tragisch. Ja ja ja. Ist ja okay. Ist ja okay. Ich sehe nicht wo ich bin. Weil ich diese Dreckkörper bin. Oh mein Gott. Ich hasse es. Ich hasse Guillotine. Es ist so ein Run-Up-Tits-Item. Ah. Ich weiß nicht wo ich bin. Wer ich bin. Was ich bin. Oh mein Gott. Hilfe. Okay. Ich bin da. Ich habe Ketten um. Nur auf die Ketten gucken. Nur auf die Ketten gucken. Das ist alles gut. Knappes Ding du. Bäh. Bäh. Ich hätte eine Bombe gehabt. Aber es reicht. Es reicht. Oh mein Gott. Nice. Okay. So. Jetzt probieren wir mal den Dreck aus. Ob der funktioniert. Der hier da. Oh. Mother's Kiss. Wie nett. Continue. Ich habe was vergessen. Ich muss noch mal ganz kurz. Ah. Oh. Oh. Was ist das? Oh. Wo bin ich denn? Ha. Hm. Ich bin noch nicht etwa plötzlich. Hier. Oh. Cool. So. Wir sind wieder zurück. Und wir können in den Darkroom gehen. Habe ich gehört. Mit dem Sacrifice Room. Wir müssen nur uns ein paar Herzen holen. Und dann battert das hart rein. Okay. Äh. Weißt du was? Weißt du was? Weil das so ein weiter Weg ist. Gehe ich ein Herz nach dem anderen holen. Und dann reicht es safe. Oh mein Gott. Okay. Es reicht safe. Never mind. Never mind. Never mind. Never mind. Das reicht safe. Increased Deer Chance. Oh. Oh. Mühtere. Wie nett. Äh. Ich muss eh gleich einen Engel fighten. Deswegen machen wir das hier. Einfach so. Weil. Ne. Warum nicht? So. Dann einmal Soul Hearts. Schade. Und dann einmal. Oh mein Gott. Er hat mich beinahe geholt. Direkt so. Beinah. Beinah war es soweit. Und jetzt ist es nur noch Darkroom. Ne. Okay. Nimm mal kurz das Geld mit. Und geh mal noch kurz den anderen Bagger da aus. Bezahlen. Der bezahlt vielleicht den 36. Oh. Immer ein Boneheart nochmal. Und nochmal ein Robinheart. Wichtig. Okay. Let's go. Ne. Let's fucking go dude. Hell yeah. First try. First try. Nice. So. Und jetzt sind wir im Darkroom. Hab ich gehört. Und mir fehlt noch so ein Junge. Der nennt sich Delirium. Der spawnt gerne nach Megasatan. Hab ich gehört. Oder nach The Lamp. Deswegen. Oh mein Gott. Dead Cat einfach. Let's go. Wir können alles mitnehmen. Und das ist auch Dings. Holy shit. Das ist auch einfach. Das ist kein Joint. Nice. Vollaut. Äh. Wir versuchen gekonntermaßen einfach. Delirium zu machen. Das ist der Plan gewesen. Und ich hab's einfach hingeb bekommen. Ich hatte das Glück einen Sacrifice Room zu bekommen. Und genug Leben zu finden. Hei 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 hei. Es ist wahrlich ein Traum. So. Und jetzt sterbe ich in einem Hit. Das ist absolut fantastisch. Das erleichtert mein Leben. Ungemein. Der Traum ist grauenhaft by the way. Ich weiß nicht warum ich hier nochmal reingegangen bin. Naja gut. Für die eine Münze. Wichtig. Kiste. Münze. Das ist auch irgendwie Standard rum. Nein. Drei Stück. Wir müssen hier forschen oder? Ich bin so tot. Einer ist tot. Yo. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Äh. Nein. Udi. Tu mir das nicht an. Oh. Einer ist tot. Okay. Als ob ich diesen Raum hände. Als ob. Als ob. Wow. Wow. Okay. Cool. Danke. Das ist so ziemlich der grauenhaftste Raum, den ich je gesehen habe. Der einzigste Vorteil, den der hat, ist, dass er groß ist. Wirklich. Oh. Oh. Okay. Ich bin dead. Okay. Ich bin dead. Oh. Okay. Ich bin dead. Ähm. Ich hoffe, mein Boss ist in die Richtung. Äh. Ist er nicht. Geil. Scheiße. Der Boss ist da. Der Boss ist in die Richtung. Der muss da sein. Oh mein Gott. Hilfe. Ah. Dreimal Carrying Queen. Wir haben es halt mit den Dreiern im Raum, oder? Hilfe. Hilfe. Zu viele Dreierräume. Aber der ist machbar. Der andere sagt er und starb in diesem. Schade. Hier, Alter. Was ist das? What the fuck? Fucking Snake PvP. Münze. Danke. Ich hab dich auch lieb, Spiel. Ich hab dich auch lieb. Au. Ja, also, ich weiß nicht, ob das mal so mit Delirium wird, ne? Also, der Plan hat zwar funktioniert, aber dass ich Delirium hinkriege, ist so eine andere Sache. Ich weiß nicht, wie ich den Raum machen soll, Alter. Ich weiß nicht, wie ich den Raum machen soll. Ha. Außer meinen Kopf dagegen hauen. Ja, ich bin tot. Ja, okay. Cool. Danke. Ha. Ha. Ähm. Megaseitan will ich eigentlich gar nicht probieren. Es bringt gar nichts. Ich hab ihn auch schon. Ja. Und Darkroom haben wir auch schon gemacht. Äh. Ja, Budi. Ich hab keine Ahnung, ne? Ich kann den Raum versuchen. Ich bin tot. Nevermind. Okay. Cool. Dann. Ey. Der Trick war ziemlich cool, oder? Aber ey. Wenn mein Mauder besiegt, das soll es mir reichen. Das soll mir reichen. Ich will mich nicht beschweren. Ich hab das, was ich wollte. Zumindest eine Zahefte bekommen. Deswegen. Hallerein. Ja. 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 Ja.